Jetzt haben wir eine Liste von Feiertagen. Wir haben die beweglichen Feiertage, wir haben die festen Feiertage. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn diese Feiertage innerhalb eines Kalenders Verwendung finden würden. Das heißt, ich habe einen Kalender und möchte ganz gerne anzeigen, ob dieser Tag in meinem Kalender ein Feiertag ist oder nicht. Nun, bevor wir einen richtigen Kalender machen, mache ich es einmal kurz zur Demonstration, wie man diese Feiertage, die hier in einer ausgelagerten Liste stehen, in einer anderen Excel-Tabelle verwenden kann. Dazu erzeuge ich ein neues Tabellenblatt, dazu schreibe ich ein Datum in eine Zelle, beispielsweise den 1. April 2015, das sind ja einige Feiertage, klar, und ziehe dieses Datum mal nach unten. So, ich hätte ganz gerne den Kalender von oben nach unten, machen wir bis zum 1. Mai, da ist ja auch ein Feiertag oder noch ein paar Tage mehr. Ich möchte ganz gern in der Liste sämtliche Tage kennzeichnen, die in der anderen Liste irgendwo vorkommen. Möglicherweise wird dieser Kalender dynamisch verändert, möglicherweise wechsle ich vom Jahr 2015 ins Jahr 2016 hinüber, und dann soll er natürlich sich aus einer anderen Spalte. Hm, hm, hm. Wie macht man das? Wie überprüfe ich, ob ein Wert irgendwo in einer Liste schon vorhanden ist? Die Antwort lautet mit der Funktion zählen-wenn. Zählen-wenn oder eine bedingte Zählung überprüft, wie oft bist du Wert in der anderen Liste drin. Nun, entweder ist er nicht drin, dann halte ich den Wert 0, oder er ist einmal drin, oder es könnte theoretisch auch den Fall geben, dass zwei Feiertage zusammenfallen, nämlich ganz genau der 1. Mai, der Tag der Arbeit, könnte, wenn Ostern so unglücklich fällt, ich glaube, dass Christi Himmelfahrt auf diesen Tag der Arbeit fällt. Das kann in einigen Fällen passieren, sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem könnte passieren. Das heißt, es könnte der Wert auch mehr wie einmal drinstehen. Interessiert mich nicht, mich interessiert nur, steht er 0 mal drin, oder steht er in einer Anzahl größer als 0 drin. Das heißt, ich fange hier in der ersten Zelle an, ich hole über Start meine bedingte Formatierung, erstelle dort eine neue Regel. Ich kann nicht eine der vorhandenen Regeln nehmen, weil ich brauche hier eine Formel, eine Funktion, erstelle also eine neue Regel, erstelle bei dieser Regel eine Formel und beachte, dass jede Formel mit einem Ist gleich beginnt. Hm, jetzt habe ich leider keine Hilfe. Das heißt, wenn Sie nicht wissen, wie schreibt man zählen, wenn, schreibt man das mit Ä oder A-E, wie lautet genau die Syntax, dann müssen Sie vorher noch mal nachschauen in dem Funktionsassistent, in den Formeln. Ansonsten, wenn Sie es wissen, können Sie es direkt eintippen. Zählen wenn, Klammer auf, Zählen wenn verlangt zuerst den Bereich, das heißt, ich markiere in Tabelle 1 diesen Bereich, dass ich hier Ostersonntag zweimal markiere, interessiert mich nicht, weil ich überprüfe ja nur größer als 0, bis hierhin. Ich möchte gern wissen, ob in diesem Bereich, und beachten Sie, er hat hier automatisch einen absoluten Bezug genommen, das ist korrekt, klasse, ob in diesem Bereich, Semicolon, der Wert von meiner Tabelle, nämlich mein eigener Wert, der hier, und beachten Sie, auch hier nimmt er einen absoluten Wert, das ist falsch, den wandle ich mit der Funktionstaste F4, F4, F4 in einen relativen Wert um, weil der Wert soll sich ja relativ auf jede Zelle beziehen und mir das Ergebnis dieser Zelle sagen, nicht fix, nicht absolut, die Zelle C1. Also, ich möchte gern wissen, zählen wenn, die Anzahl, ob diese Anzahl größer ist als 0, echt größer 0. Wenn das der Fall ist, dann formatiere mal beispielsweise mit einem Ausfüllen grauen Hintergrund, ich wähle mal so ein Grau, in der Praxis vielleicht ein bisschen heller, aber so sieht man es ganz gut, okay, okay, und der 1. April ist kein Feiertag. Gut, ich könnte hier in dem Fall das Ganze runterziehen, Achtung, beim Runterziehen zieht er sowohl den Inhalt runter, als auch die Formatierung, in dem Fall die bedingte Formatierung. Das wäre in diesem Fall korrekt, dann würde er halt das Datum nochmal überschreiben, kein Problem. Angenommen, ich habe unterschiedliche Formeln in den Zellen, dann würde es natürlich ein Problem bereiten. Deshalb kann es sein, dass ich nur die bedingte Formatierung runterziehen will. Zweite Möglichkeit, ich könnte jetzt mit dem Pinsel, mit dem Format übertragen Werkzeug arbeiten und könnte die bedingte Formatierung, ist ja eine Formatierung, auf alle Zellen übertragen. Achtung, es könnte ja sein, dass ich per Hand bestimmte Linien formatiert habe, bestimmte Farbwerte hinterlegt habe, bestimmte Schriftarten voreingestellt habe, die würde er mit dem Pinsel kaputt machen. Es gibt noch eine dritte Technik, die ich hier bevorzuge. Ich wähle über Start bedingte Formatierung, Regeln verwalten, schaue mir die Regel von dieser Auswahl oder alle Regeln dieses Arbeitsblattes, in dem Fall ist es gleich, diese Regel an und ändere den Bezug. In dem Beispiel wird es hier auf C1 angewandt. Nein, ich sage bitte, mach mal die ganze Spalte C, müsste ich nachschauen wie viel, oder ich klicke hier rein, lösche das, was er genommen hat und markiere die ganze Spalte C bis zur letzten Zelle, wende es mal auf diesen Bereich an, wie gesagt, könnte ich auch reintippen, OK, und Sie sehen schon, oh, der 1. Mai ist ein Feiertag und wann ist Ostern? Ah, ziemlich früh im Jahr 2015. Das heißt, mit der bedingten Formatierung, mit der Funktion Zählen-Wenn, können Sie sehr einfach von einer anderen Liste, die in der gleichen Datei sich befindet, die Feiertage, die wir dort berechnet haben, hier verwenden und hier eben dynamisch anzeigen lassen. Wenn wir ein anderes Datum haben, wenn wir dieses Datum jetzt per Formel erzeugt hätten, würden umschalten auf ein anderes Jahr oder einen anderen Monat, dann würde er natürlich die Feiertage von diesem Jahr oder von diesem Monat anzeigen. und wie gesagt, da sindney Verstiftung, das ist ein Ganzes Jahr, das ist nicht so, das ist ein ganzes Jahr. Vielen Dank.